Hallöchen, hier ist wieder euer Dirk und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, weiter geht es hier mit unserem Geschäftszentrum, Part 3 sollte jetzt sein. Ja, wir bauen weiter. Im letzten Part hatten wir, sag ich mal, die Mitte jetzt angefangen. Da kommt natürlich jetzt wieder, würde man sagen, zwei Schichten, bauen wir jetzt auch wieder rauf. Wir fliegen einmal kurz zu unserem hinteren Vorbau, damit ich dir mal kurz zeigen kann, was wir heute so ein bisschen vorhaben. Und zwar, im letzten Part hatten wir, sag ich mal, diese Ebene gebaut und die hintere, ein bisschen hier schon von der Seite. Heute machen wir, sag ich mal, diesen Teil hier noch mit rauf, auch ein bisschen Grünfläche noch, also eigentlich ziehen wir das Ganze nur zu. Die Designs kommen ja zum Schluss. So, auf der Rückseite machen wir dann, sag ich mal, diese Ebene hier, die bauen wir heute. Und dann fangen wir auch an, gleich hier vorne bei unserem Teil so leicht schon diesen vorderen Bereich zu bauen. Und dann im folgenden Teil bauen wir diesen oberen Teil. Okay, so, Plan besprochen. Ich würde sagen, legen wir los, damit das Ganze auch halt, ja, verwirklicht werden kann. Und dann müssen wir erstmal wieder an unsere Kiste ran. Das Blockmaterial hat sich zwar nicht so doll verändert, aber wir kontrollieren das Ganze mal, ne, damit du alles halt auch passend dabei hast. So, wir holen uns ganz einfach mal unseren weißen Beton raus, falls du den verwendet haben solltest. Du hast ja die Wahlgabend auch zwischen Quarzblöcke. Dann holen wir unsere Glasblöcke raus oder Glasscheiben, ne, wie du halt immer das Ganze jetzt gebaut hast. Dann holen wir uns noch blaues Glas raus und Grasblöcke. So, haben wir das Ganze? Geht's los? Ich würde sagen, wir beginnen ganz einfach erstmal mit dem weißen Beton. Fliegen denn, sag ich mal, würde ich mal sagen, hier vorne auf diese Fläche hin. Jetzt müssen wir uns ein bisschen was markieren. Und zwar, wir hatten ja, sag ich mal, die Markierung nicht gesetzt, die sind ja von mir. Sondern wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, hier haben wir unsere kleine Hütte. Hier also auf der rechten Seite geht's los. Fliegen hier einfach mal an der Seite hin, wo wir das Glas hingezogen haben. Obwohl, das ist Quatsch, wie wir anfangen. Wir fangen lieber hier vorne an. Ich glaube, das ist einfacher. Genau, wir fangen einfach auf der, genau, auf der Vorderfront an. Ich glaube, das ist am einfachsten. Wir suchen jetzt hier einfach mal die Mitte. Zack, hier haben wir die Mitte. Dann machen wir jeweils zu jeder Seite nochmal zwei, dass wir hier fünf an sich haben. Jetzt muss ich echt grübeln. Ich würde sagen, das machen wir gleich dann auch mit Glasblöcke, damit wir uns hier nicht vertun. Also machen wir hier gleich da rauf, denn unsere Glasblöcke rauf. Genau, ja, das machen wir. So sollten wir dann nicht durcheinander kommen. Genau, so, jetzt haben wir hier vorne, sagen wir mal, fünf hingesetzt. Haben wir an den Seiten jeweils noch so einen Block frei. Nehmen wir wieder unser weißen Beton. Setzen jetzt an den Seiten, so schräg davon, wieder zwei hin. Auch gleich dann die Glasblöcke rauf machen, sodass wir uns nicht vertun sollten. Ne? So, danach gehen wir hier wieder an der Seite hin. Machen jetzt hier wieder zwei hin. Auch da wieder gleich die Glasblöcke raufsetzen. Zack, zack, zack. Denn jeweils immer ein Block so zur Seite weg. Auch wieder Glasblock rauf. Habe ich da gemacht? Ne, habe ich nicht. So, danach gehen wir dann zwei, also zweimal zwei Blöcke müssen wir dann so seitlich nach hinten setzen. Auch da setzen wir gleich dann die Glasblöcke rauf. Auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann sollten wir hier schon auf der rechten Seite perfekt hier an Glas anstoßen. Da setzen wir natürlich auch Glasblöcke rauf, ne? Dass wir hier nicht so durcheinander kommen. So, andere Seite. Haben wir hier natürlich noch eine offene Fläche. Da machen wir einfach mal an der Seite dann so schräg noch eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke hin. Aber setzen wir jetzt nur vorne bei den ersten drei Blöcken Glasblöcke hin. Weil das hier wird dann am Ende noch zugezogen. Da brauchen wir also keine Glasblöcke hinsetzen. Okay. So, danach nehmen wir wieder unser weißen Beton zur Hand. Denn jetzt solltest du jeweils hier vorne noch so Lücken haben. Die darfst du natürlich ausfüllen. Setzen wir einfach mal oben gleich so hin. Zack, zack, zack. Hier einfach unsere Betonblöcke hin. Können wir alles hier einmal ausfüllen. Anschließend können wir jetzt eigentlich anfangen das Ganze ein bisschen hoch zu ziehen. Also nehmen wir unsere Glasblöcke zur Hand. Und können das Ganze würde ich ganz einfach mal sagen. Auf die gleiche Höhe ziehen wie wir das natürlich jetzt hier hatten. Die gleiche Höhe war ja so wie wir das erstmal hier hinten hatten. Also vor der Front komplett einmal hochziehen. So, ich habe das Ganze jetzt einmal hochgezogen. So, jetzt sind wir natürlich hier noch nicht so ganz fertig. Denn, ich muss mal kurz auf die innere Seite fliegen. Denn, wir müssen hier noch ein bisschen wieder was weg. Wir haben jetzt mal das schon hochgezogen. Das passt. Aber, ich muss mir kurz was freihauen. Und dann gucken wir mal. Wie machen wir das jetzt am besten? Also, ich würde sagen, wir fangen hier einfach vorne an, wo wir diese fünf Blöcke hineingesetzt haben. Dann gehen wir jetzt einmal hier zur linken Seite. Hatten zwei. Zwei. So, beim... Zwei auf der Innenseite, bei diesem Einer hier, setzen wir einen Block noch weiter höher hin. Denn, dass ich mal einfach mal... Die sind Einer frei. Obwohl, ich setze ihn auch erstmal hoch. So. Und dann diese zwei hier noch an der Seite. Die müssen wir einfach mal so ein bisschen erhöht setzen. Denn, da ist, sag ich mal, so... Ich weiß nicht, was das ist. Einfach so eine Halterung, halt, dass das Glas halt nicht bricht. Oder so, weil es halt so eine große Fläche ist. So, das heißt, ganz einfach mal... Jetzt müssen wir einfach mal hier diesen 1, 2er komplett bis oben wieder frei hauen. Zack, 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 zack. Und das machen wir mit diesen zwei auch nochmal. Okay. Haben wir das einmal freigeschlagen, setzen wir an den Seiten einfach eine Betonschicht hin. So, okay. Danach lassen wir dann einfach diese Lücke erstmal frei. Und kommen wieder zu unseren Glasblöcken. Denn wir müssen das Ganze noch ein bisschen höher setzen. Denn das steht natürlich etwas über den hier. Da habe ich mich ein bisschen gestritten. Wie mache ich das Ganze? Ich wollte erst, so sag ich mal, dachte ich mir erstmal drei Schichten noch raufsetzen. Aber ich fand das ein bisschen zu groß. Weil wir machen ja obendrauf ja noch so einen kleinen Deckel drauf. Ich mache da jetzt einfach mal zwei Schichten hin. Aber du kannst auch drei machen. Also, ja, wie es halt immer besser aussieht. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt einfach zwei Schichten noch auf. Ich wollte eigentlich drei, aber... Ne, ich lasse zwei. So, jetzt haben wir da nochmal zwei Schichten noch aufgesetzt. Jetzt können wir natürlich einmal jetzt hier zu unserer freien Lücke kommen. Und zwar ist da einfach auch ein bisschen blaues Glas enthalten. Das spreitet sich aber so ein bisschen. Warte mal, wir zählen mal kurz hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Blöcke. Ja, Mittel wären sechs Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zack, 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 mache ich mal weg. Das ist auch so eine kleine Halterung, sage ich mal, dazwischen. Warte, ich gucke mal kurz da hinten. Da hatte ich das Ganze genau auf den Boden rauf. Können wir auch so hier setzen. Ja, ich weiß nicht, was das genau ist. Ist irgendwie so moderne Kunst oder sowas an der Seite. Ist das halt so ein bisschen... Ja, sieht er auf, spaltet so zur Seite weg. Ich würde mal sagen, wir machen einfach unten hier sieben blaue Glasblöcke hin. Und dann hier oben einfach sechs. Kannst du natürlich auch nochmal einmal verändern. Ach nee, ich fand das eigentlich super. Hier mit sechs, so machen wir das einfach mal. Zack. So, den Rest hier davon füllen wir einfach mal nicht mit Glas aus, sondern einfach nur mit Beton füllen wir das aus. So, optimal. Okay. Wenn wir dann das Ganze da haben, bleiben wir immer noch bei unserem weißen Beton. Denn jetzt setzen wir einfach mal auf unsere Schicht hier noch eine Betonschicht drauf. Und wenn wir darauf denn hier eine Schicht gesetzt haben, setzen wir einfach genau davon ran noch eine weitere Schicht. Ah, warte mal. Hier müssen wir auch noch. Okay. So, dann haben wir den vorderen Teil schon so gut wie geschafft. Jetzt kommen wir zum hinteren Teil. Den müssen wir uns natürlich erstmal vorziehen. Da ist ja auch wieder die Frage, wie wir fangen an. Ich würde sagen, Mitte ist, glaube ich, am einfachsten. Weißen Beton und Hei haben wir wieder zur Hand. Und dann geht's los. Einfach mal hier hinten suchen wir erstmal die Mitte. Zack. Mitte gewunden. An den Seiten jeweils noch drei. Dann würde ich sagen, setzen wir zwei Schichten da hin. Das kannst du dann zu den Seiten auch einmal komplett so ausfüllen. Zack, 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 zack. So, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen übersichtlich auf. Jetzt setzen wir in der Mitte wieder einen hin. Zu den Seiten jeweils zwei hin. Hier machen wir das gleiche Spiel wie gerade eben. Und darauf setzen wir natürlich gleich unsere Glasblöcke hin. So, dass wir das natürlich jetzt hier nicht durcheinander kommen mit diesen Schichten. Dann haben wir hier natürlich fünf Glasblöcke. An den Seiten geben wir jetzt immer zwei Blöcke hin. Andere Seite geht noch das gleiche Spiel. Setz da bitte auch gleich die Glasblöcke rauf, sodass du dich nicht vertun solltest irgendwie. Das ist dann einfach übersichtlicher. So, danach setzen wir jeweils an den Seiten einen Block hin. Und dann setzen wir einfach wieder zwei Blöcke so nach hinten weg. Da auch natürlich gleich unsere Glasblöcke rauf. Und auf der anderen Seite setzen wir statt zwei Zweierblöcken einfach nur ein, also ein, einer, Dreierblock. Da setzen wir aber auch nur auf der vorderen zwei die Glasblöcke hin. So, natürlich würde der Kreis hier noch zugehen, aber das können wir dann erst so, sage ich mal, ein bisschen genauer gucken. Wenn wir, sage ich mal, diese Fläche hier ausgeführt haben, das muss ich mir ein bisschen vorziehen, sonst vertue ich mich da. So, das heißt natürlich, dann können wir hier erstmal vorne diese freien Flächen nochmal ausfüllen. Das heißt einfach alles, was du jetzt hier zwischen diesen Betonblöcken hast und deinen Glasblöcken, kannst du hier einfach mal ausfüllen. So, jetzt kommen wir natürlich an diesen einen Knackpunkt ran. Ist dir bestimmt jetzt aufgefallen. Und zwar ist das Ganze hier nicht verbunden. Warum ist das nicht verbunden? Wir hatten ja hier unten, sage ich mal, fünf Betonblöcke hingesetzt. So, da habe ich ja gesagt, sollst du hier nicht ausfüllen, ist ja auch richtig so. Aber hier oben, wo diese Schicht natürlich dann hier zugeht, können wir das Ganze dann miteinander verbinden. Aha. So, hier vorne die Fläche, die können wir natürlich einmal mit dem Beton ausfüllen und dann hier die Seite einfach zumachen. Wenn du jetzt kannst, kannst du die hier jetzt weghauen. Ist ja nur eine Markierung. Das prüfen wir einmal aus. So, dann ist das alles hier zu. Jetzt ist natürlich die Frage, wie jetzt jetzt hier weiter, wie hoch muss das Ganze sein? Das muss ich mir erst mal markieren und ein bisschen vorgrübeln, wie das Ganze ist, weil wir machen ja auch gleich schon die vordere Fläche mit. Also würde ich sagen, ich stelle mich hier kurz hin und bereite alles vor. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wie das Ganze weitermacht. Sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, wie ich mir das Ganze markiere, aber es hat alles seinen Sinn. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? So, ich würde sagen, wir fangen ganz einfach an. Erstmal mit dem Glasbleck und wir machen jetzt die hintere Front hoch. So, jetzt müssen wir jetzt mal hier ein bisschen uns reinbringen, wie das Ganze war. Das Ganze, so, ich würde sagen, wir machen erst mal das, was wir haben. Das heißt natürlich jetzt hier unsere Glasblöcke, die wir uns hier gesetzt haben, müssen wir schon mal auf eine Höhe ziehen. So, ich mache das Ganze jetzt erstmal auf die gleiche Höhe, wie wir, sag ich mal, jetzt diese Ebene haben. Hier an der Seite habe ich mir schon ein bisschen was markiert, ist nicht so schlimm. Machen wir einfach hier zu. Ja, ich merke mir das. Oder, ah, wovor ich es vergesse, ich lasse es erst mal so. Aber hier machst du einfach Glasblöcke. So, danach kommen wir jetzt, wie das Ganze hochgezogen wird. Vorher machen wir jetzt einfach noch an diesen zwei Glasblöcken noch eine weitere Betonschicht vorne ran. So, okay. So, jetzt kommen wir wieder zu unseren Glasblöcken. Wir müssen das Ganze jetzt etwa höher ziehen. Ich gehe mal kurz ein bisschen hier auf die andere Seite hin. So. Wir fangen hier an bei unseren drei Blöcken. Ja, drei Blöcke. Das haben wir uns markiert. Ab hier geht es jetzt auch schon los, dass wir die hier so hoch machen. Und die machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt also einer Schicht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Blöcken. Genau. Acht Blöcke machen wir jetzt einfach hier mal an sich noch rauf. Hier vorne an der Stelle müssen wir noch mal kurz die Glasblöcke hier so wegmachen auf der gleichen Ebene. Hier können wir einfach Beton hinsetzen. Okay. Ja, wenn wir dann das Ganze jetzt auf acht Blöcke noch weiter erhöht haben, müssen wir jetzt hier vorne uns das Ganze markieren. Ich glaube, die fällt auf. Weiß ist natürlich für Beton und das Blaue für Glas, damit wir hier einen schönen Überblick haben. So, wir fangen natürlich hier einfach mal wieder auf der Seite an, wo wir auch unten unsere kleine Hütte haben. Wir setzen jetzt ganz einfach hier an unsere Glasschicht noch zwei weitere Betonblöcke vorne ran und zur Seite weg nach außen nochmal zwei ran. So, dass wir hier so einen Vierer haben. Danach nehmen wir einfache normale unsere Glasblöcke, die wir heute hier auch verwendet haben. Wir setzen den jetzt ganz einfach so schräg nach vorne einer hin, denn zwei. Dann setzen wir hier so eine Ecke von unserem Beton hin. Gefolgt, denn machen wir hier einfach nochmal zwei Blöcke zur Seite einfach weg an unserer Ecke. Gehen drei Blöcke so schräg so nach vorne. Machen den wieder, also setzen gleich daran nochmal zweimal Beton und gehen das einfach mal nochmal zweimal nach vorne. So, hier hinten auf der weiteren Schicht setzen wir nochmal zwei weitere Blöcke von unserem Glas ran, gehen zwei schräg nach hinten weg und setzen hier einfach mit Betonblöcken unsere weitere Ecke an. So, jetzt habe ich mir das Ganze halt hier markiert. Hier kannst du dann natürlich einfach Beton hinsetzen. So, das Ganze müssen wir jetzt auf eine bestimmte Höhe ziehen. Ist alles ein bisschen anders. Von daher müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Wir fangen einfach mal auf dieser Seite hier vorne an, auf der rechten, wo wir jetzt hier auch das natürlich markiert haben. Diese Betonschicht können wir jetzt erstmal auf die gleiche Höhe ziehen wie unsere Glasblöcke hier. Nachdem wir die dann hochgezogen haben, können wir das schon gleich mal weiterverarbeiten. Und zwar noch eine weitere Schicht draufsetzen. Haha, das hat jetzt nicht gedacht, ne? Dann setzen wir auf unsere Glasblöcke einfach noch eine Betonschicht drauf. Und danach setzen wir einfach vor unseren Betonblöcken noch eine weitere Schicht dran. Wunderbärchen. Okay, dann haben wir das auch wieder geschafft und kommen jetzt zur nächsten Aufgabe. Und zwar bei diesen drei Glasblöcken, die wir uns hingesetzt haben. Die müssen wir jetzt mal auf die gleiche Höhe ziehen wie unsere Ebene hier, die wir jetzt gerade eben gezogen hatten. Okay, wenn wir das haben, würde ich sagen, nochmal weißen Beton umnehmen. Und diese Ebene gleich hier neben, mit diesem weißen Beton, setzen wir auch nochmal auf die gleiche Höhe. Okay, so, haben wir das auch hochgezogen, kommen wir jetzt zu, sag ich mal, diesem hinteren Teil. Den möchten wir ja natürlich auch noch hoch machen. Das ist natürlich die Frage, wohin und wie lang müssen wir das hier alles ziehen? Relativ einfach beantwortet und zwar, wir fangen an, würde ich sagen, erstmal mit den Glasblöcken, damit man genau weiß, wo wir langziehen müssen. Wir fangen einfach hier vorne bei den drei an, setzen wir schon mal eine Schicht drauf. Denn hier hinten, würde ich sagen, setzen wir einfach gleich auf unseren Betonblöcken eine Glasschicht drauf. Eigentlich auf der gleichen Ebene, wo wir eigentlich die Glasblöcke schon hatten. Hier setzen wir nochmal rauf. Hier vorne dann natürlich einmal so langziehen, bis wir hinten ankommen. Kann man immer gucken, ob wir auch genau immer drauf sind. Jetzt nicht diese Blöcke, die vorne überstehen, sondern einfach genau auf der gleichen Ebene, wie unsere Glasblöcke jetzt sind. Okay, so, haben wir das einmal uns vormarkiert, müssen wir darauf jetzt noch drei weitere Schichten raufsetzen. Danach setzen wir einfach mal mit unserem weißen Beton hier diese Ecke auf die gleiche Höhe, wie wir die hatten. Obwohl, wir können das Ganze schon einmal überstehen lassen. Wenn wir das denn hier hochgezogen hatten, nehmen wir unseren weißen Beton und setzen einfach mal, also gleiches Prinzip, wie wir hier unten diese Ebene gemacht haben, einfach die Glasblöcke, äh, einfach die Betonblöcke auf unsere Glasblöcke raufsetzen. Natürlich hier einmal bis nach hinten langziehen und dann das Ganze nochmal einmal vorne überstehen lassen. Auch hier vorne bei der Ecke setzen wir nochmal, zack, eine Ecke weiter rein. Okay, so, jetzt geht es natürlich weiter, würde ich mal sagen, einfach mal hier vorne mit dieser Beton-Ecke, die wir haben, die können wir auf die gleiche Höhe ziehen, wie, würde ich sagen, bis hier ganz nach oben. Genau, können wir einfach mal komplett bis nach oben wegziehen. Machen wir natürlich auch hier einmal, so, optimal. Okay, so, danach müssen wir natürlich hier noch vorne diese Ecke ziehen. Wir nehmen erstmal unsere Glasblöcke zur Hand und machen jetzt erstmal diese fünf Glasblöcke, die wir jetzt hier haben, auf die gleiche Höhe, wie wir diesen vorderen Bereich haben. Ja, nachdem wir die Glasblöcke hochgesetzt haben, können wir wieder zu unserem weißen Beton gehen und müssen hier vorne noch diese Fläche auswählen. Dabei würde ich mal sagen, die machen wir auf die gleiche Höhe, wie, sage ich mal, hier diese Beton-Schicht ist, ne, diese, die wir einmal rumgezogen hatten. So, können wir ein bisschen gucken. Machen wir das mit dem Glas lieber, dann können wir hier besser gucken. Zack, also hier brauchen wir heute auch nicht zählen. Hier können wir einfach gucken, passt das jetzt hier mit der gleichen Ebene? Ja, das Glas müssen wir einmal tiefer machen, also die Glasebene sollte schon gleich sein. Danach kannst du auch, wenn du möchtest, hier gerne schon einen Beton draufsetzen. So, das Ganze müssen wir hier halt hier die ganze Zeit machen. Dann haben wir die jetzt hier auf diese gleiche Höhe gemacht, wie wir, sage ich mal, das hier hatten. Danach können wir das Ganze ja auch einmal nochmal überstehen lassen, so ein bisschen. Außer jetzt hier unsere dicken Klotze, den brauchen wir nicht nochmal überstehen lassen. Okay, wenn wir das Ganze haben, müssten wir jetzt hier oben auch diesen nächsten Kreis machen. Aus dem Kopf weiß ich hier nicht, das muss ich mir erstmal wieder hier markieren. Aber wir machen noch eine kleine Aufgabe. Ich markiere mir das und du machst in der Zwischenzeit, damit du auch was zu tun hast, diese Fläche hier unten füllst du aus. Das hier musst du einmal ausfüllen und zwar mit unseren Grasblöcken. Okay, so, ich hoffe du hast es unten ausgefüllt und dann geht es oben schon lang. Ich habe mir das Ganze markiert. Wir machen auch schon, sage ich mal, ziehen das Ganze ein bisschen in Höhe. Das ist natürlich jetzt mehr, als wir ja heute geplant hatten. Ist natürlich gut. Und zwar diese mittlere Säule fangen wir jetzt schon an. Also, wie erkläre ich dir das? Wir nehmen erstmal unsere Glasblöcke zur Hand und markieren uns das Ganze. Wir richten uns jetzt ja einfach vorne an diesen Glasblöcken. Wir geben unseren Kreis schon ein bisschen vor. Der Dreier ist immer die Mitte und danach kommt immer ein Zweier. So, wir fangen einfach mal hier an der Seite an. Wir setzen jetzt einfach hier auf die linke Seite einfach einen Zweier hin. Danach lassen wir das Ganze. Denn hier kommt dann am Ende in der Ecke hier dieses Ding da. Ne, aber das machen wir in der nächsten Folge. Weil das gehört dann schon oben zu und dann kann man das alles gleich zusammenbauen. Ist mal besser. So, auf der anderen Seite machen wir ganz einfach hier dran. Warte mal, ich habe mir das besser markiert hier. Lass ihn mal. Du kannst das gleich auch einen Block höher setzen. Setzen wir hier hinter einfach mal gleich zwei Blöcke hin. Denn eins, zwei, drei dahinter wieder. Ein Zweier, ne. So an sich. Denn so schräg dahinter wieder ein Zweier, ein Dreier und ein Zweier. Damit halt unser Kreis so etwas entsteht. Denn hier nochmal gleich schon steht, ne. Ein Zweier und ein Dreier. Die dazugehörigen Zweier an der Seite machen wir halt nicht. Wegen diesem Ding da an der Seite. So, ich mache mir kurz hier die Markierung nochmal weg. Und dann müssen wir das Ganze natürlich gleich in die Höhe setzen. Denn so wollen wir das natürlich nicht so lassen. Falls du die Markierung auch darunter machst, ne. Kannst du da lassen. Musst du nicht. Naja, wir vertuschen das am Ende sowieso. Also, jetzt müssen wir das Ganze natürlich in die Höhe ziehen. Ich würde sagen, erstmal hier an der Seite müssen wir die Glasblöcke erstmal ein bisschen weiter runter setzen. Das können wir hier machen bis zur, na, wenn ich das schaffe, auf diese gleiche Ebene. So, dann lassen wir das hier einfach so ein bisschen frei. Und dann können wir das Ganze erstmal auf die gleiche Höhe setzen. Das heißt, hier einfach mal so. Wir hatten jetzt auch ein Block höher. Dann können wir das hier auch etwas höher setzen. Das ist natürlich die Frage, wie hoch war das Ganze. Ich habe mir gesagt, so zwölf Blöcke an sich. Sollte das Ganze Minimum jetzt erhöht werden. Jetzt haben wir natürlich eine Schicht schon gemacht. Das heißt, elf Blöcke setze ich mir ja noch rauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Insgesamt sind es jetzt ja zwölf Blöcke. Müssen jetzt hier so an sich von der Ebene überstehen. Und dann können wir das Ganze, glas, was wir jetzt hier hingesetzt haben, auch in die Höhe setzen. Okay, so dann haben wir das Ganze hochgesetzt. Und dann würde ich sagen, lassen wir das auch erstmal für heute gut sein. Obwohl, ein paar Sachen könnten wir noch machen. Komm, die machen wir einfach noch. Dann müssen wir das in der nächsten Folge nicht mehr machen. Und zwar ist, sag ich mal, auf dieser Fläche auch noch eine Grünfläche. Hm, jetzt ist natürlich die Frage, wir nehmen nochmal kurz unsere Metons Hand. Und zwar setze ich jetzt hier vorne nochmal zwei weitere Blöcke einfach mal hier so an. Boah, setze ich mal an. Ziehe das Ganze hier bis nach unten hin. So, die Fläche lassen wir erstmal in Ruhe. Sonst komme ich komplett durcheinander bis zur nächsten Folge. Und zwar ist auf dieser Ebene hier, wo wir natürlich diese Lücke haben, eine Grünfläche. Jetzt weiß ich nicht genau, jetzt ist das Ganze hier ein bisschen eng und so. Ich möchte jetzt auch nicht diese Betonblöcke wegmachen, weil darunter halt das Glas ist. Das sieht halt immer doof aus. Komm, jetzt mache ich mal kurz zum Zeigen. Jetzt würde ich sagen, da mache ich jetzt Gras hin. Und von unten sieht man natürlich hier die Erde. Das finde ich natürlich nicht toll. Von daher lasse ich das Ganze. Und dann ist natürlich die Grünfläche hier ein bisschen kleiner. Ich würde mal das Ganze einmal kurz ausfüllen. So, einmal ausgefüllt. Ein Zeitrauf habe ich jetzt nicht gemacht, aber na gut. Ja, einfach nochmal ausgefüllt die Fläche. Ich weiß jetzt nicht. Wegen dieser kleinen Ecke hier, weil das alles doch so ein bisschen eng ist. Lässt man das jetzt mal nicht. Bei unserem Vorwurf habe ich das Ganze einfach mal nicht gemacht. Ich kann ja auch mal hier kurz ein bisschen zeigen. Dann habe ich das einfach hier zugelassen. Ich weiß nicht. Entweder macht man zu, lässt man auf. Ich lasse es erstmal auf, würde ich sagen. Ja, ich lasse es erstmal hier so mit Grünfläche. Mal gucken, wie das Ganze wird. Ich lasse es erstmal. Okay. So, dann haben wir das auch geklärt. Und die Fläche lassen wir natürlich erstmal hier offen für die nächste Folge. Muss ich mal gucken, ob ich das auch auf der Höhe so lasse oder ob ich es noch erhöhe. Das ist halt gut, wenn man jetzt so ein kleines Päuschen macht und dann nochmal grübelt. Wie macht man das Ganze? Und dann gucken wir mal. Aber an sich sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Zum Original, warte mal, können wir nochmal Bild einblenden. So ein kleines Guckenvergleich, ob das schon so ein bisschen hinhaut. Und ja, gut. Im nächsten Part machen wir die obere Spitze. Denn im nächsten... Ja, denn... Also ich würde sagen mal zwei Parts noch. Ja, zwei Parts sollten noch sein. Und im letzten Part verfeinern wir das Ganze noch. Da kommt auch das Verkleiden und so. Naja gut. Ich labere wieder zu viel. Aber ansonsten würde ich mich erstmal da vorne hinstellen. So, ist auch ein schönes Endbild. Mir fällt auch gerade so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Aufnahme aussieht. Das Glas flackert so ein bisschen hier. Ein bisschen verpackt ist das noch vielleicht. Dann müssen sie das noch ein bisschen patchen. Ja, flackert ein bisschen das Glas hier. Aber egal. So, ich würde sagen, ich stehe da vor Safety. In der nächsten Folge geht es weiter. Die findest du natürlich in der Videobeschreibung. Um da hinzukommen, ne? Und dann... Ja, sage ich einfach nur noch Tschüss. Tschüss. Tschüss.